Bundesliga-Bäder-Tour durch Österreich. Da darf natürlich auch der Lask nicht fehlen. Heutiger Schauplatz, Erlebnisfreibad Ansfelden. Mit dabei unsere beiden Profis Tobias Lawall und Fabian Benko. Wir sind mittlerweile seit einigen Wochen ganz Österreich unterwegs. Immer in Bädern oder bei Badesänen in der Nähe der zwölf Tipico Bundesliga-Klubs. Dabei ist natürlich das Ziel, dass man die Klubs direkt zu den jüngsten Fans und zu den Nachwuchskickern bringt. Reaktionstest, Bungee Run und auch die Schussgeschwindigkeit bei der Torschusswand kann gemessen werden. Volles Programm für die Kicker von morgen. Angefangen haben wir eben mit den Autogrammen. Da haben wir den Kindern ein paar Autogrammen gegeben. Unsere Autogrammkarten haben wir auch da gehabt. So eine Torschussung war dann dabei, wo eben gemessen worden ist, wie scharf die Jungen geschossen haben. Und zum Schluss haben wir dann noch so einen kleinen Wettbewerb gemacht, wo es darum gegangen ist, wie schnell man die Lichter da auslöscht. Und ja, ich glaube, den Kindern hat das ganz viel Spaß gemacht und für uns war es auch, glaube ich, ganz okay. Ja, das ist natürlich was Neues, aber macht immer Spaß. Im Prinzip war unser Ziel, dass wir die Nachwuchstalente von morgen, also das große Stürmer-Casting von morgen starten und dabei natürlich auch die Profis integrieren, die die wichtigen Tipps und Tricks an die jungen Kicker weitergeben.